hallo und herzlich willkommen zurück zu unser ofen sehr schön dann wollte ich hier mal gucken was kann ich denn hier noch verbessern er kann passieren ihr seht ihr mit aus dafür brauche ich hier salzige juwelen die jetzt anders gemacht werden dafür es ist die richtig mächtige juwelen und mächtiges juwelen muss ich gleich gucken ob das funktioniert auch mächtige klumpen ja okay und du auch mächtige klumpen und die kann man glaube ich nur finden oder warte 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 cooler robuster stein das ist es ja nicht nur poster stein ich brauche klumpen mächtiger klumpen cola robuster stein ist da brauche ich sechs stück also ich kann zwei salzstücke und krasser robuster stein oh man so will der verschiedenen sachen cooler modestein das ist ja nur für die jetzt gar nicht geguckt klamotten da bräuchte ich cooler modestein vier stück coole modesteine coole modestein dann bin ich auf level 8 und bei level 9 wären es dann vielleicht acht also ich brauche vier stück bedeutet ich muss hier so käfergummi also ein käfergummi 4 18 12 käfergummi das testen wir jetzt mal aus käfergummi käfergummi auch hier oder witzige käfergummi zwölf stück 2 4 9 ok dann brauche ich die mal so cooler modestein zwölf stück so und die kann alle gleichzeitig durch sehr gut cooler modestein und noch mal da ok das wäre das dann da bräuchte ich normale modesteine den kann ich gar nicht cool machen oder was ach jetzt cooler modestein oder cooler modestein ja ich mache schlank ich glaube damit bin ich ein bisschen schneller oder also zwei für level 7 bei 4 8 also fitzen der daus 14 käfergummi 15 rechtes noch also fünf zehn 20 stück haben wir das jetzt nicht 20 okidoki die kommen jetzt mal hier hin genau wie das zeugs das ist was anderes das ist cooler modestein so ein 20 käfergummi ok wie lange dauert das hier noch so ein bisschen ok dann wo haben wir gehe ich mal schlafen vielleicht ist es ja bis dahin für dich das war jetzt eine andere animation oder gleich ist es je nachdem wo man ist ist eine andere animation wegnehmen schnabulieren ok schau mal nach ob es denn fertig ist ja ist es so dann gute modestein ohne modestein und da hatte ich nur 2 ok so der war fertig ne ne war auch nicht viel krasser modestein kommt dann ok krasser modestein den muss man bestimmt finden äh nein will das ne schlank ja krasser modestein ok modesteine ja und schlank ok dann brauche ich nochmal 12 von denen krasse modesteine kann ich nicht herstellen ich das weiß ne robuster nur cool und modestein aha 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 mächtige juwele robuster modestein ok dann werden wir gleich mal eventuell sie das machen weil ich möchte dann heute mal in ameisenhügel gehen nemox zum essen mit und gucken ob es da eventuell nochmal wohl die brauche ich ja für äh reparaturwerkzeug also für reparatur ne also und käfergummi ne käfergummi so so was haben wir jetzt im inventar noch das bula modestein und hier keine passenden gegenstände also dahin käfergummi ja es ist äh nicht mehr so einfach der ist level 6 den habe ich hoch gemacht ne level 7 und level 7 und er brauchte dann bestimmt auch nochmal irgendwas krasses mächtiges mächtiges juwel hm mächtiges juwel äh wie war das mächtiger klumpen mächtiges juwel krasser robuster stein ok krasser robuster stein ok gut dann geht's los ab richtung ameisenhügel vielleicht sollte ich ja mal offline hier irgendwie rumlaufen und alles abfahmen so der ameisenhügel ist in diese richtung ne der alles rumliegt hier essen ohne ende ich werde das essen mal kurz einsortieren und dann geht's zum armeisenhügel also bis gleich so da sind wir auch schon wieder auf dem weg ameisenhügel war so quer in die richtung ne habe ich ja noch aufgaben röstlingsbogen und spinnen von deutsch ja was hätte ich wohl machen sollen ich mach mal ähm wollen wir noch einen auftrag man weiß ja nie staubmilben ja gut kann man ja unterwegs machen so hallo einfach mal vorbei gehüpft dieser weg führt doch zum armeisenhügel oder nicht was ins gabi was hier ins gabi da oben drauf aber man abkürzung nehmen ja komm schon schlängel dich da durch so hat die ameise gerade den glasheim bewegt seit wann ist das denn so so hallo servus so ich bin mir ziemlich sicher hier waren auch noch welche drin äh also hier war quazit drin ne ah ja guck an hier liegt was modesteine ok aber normale modesteine sind ja auch die nehme ich auch mal mit so normale modesteine sind doch außer hat der mode so da ist was das ist ein stein der zähigkeit was kriegt da raus robuster stein ok robuster stein die machen hier dinge das ist fels der mode wie hier alles modesteine ok wenn man so ein ding ja alles klar das war schon immer so hier unten gewesen ach man was das ok aber ich brauche ja die die anderen dinge was hier rumliegen äh muss da durch oder ne von hier bin ich ja gekommen muss nach nicht hier noch was außer armeisen eier das brauche ich für die beleuchtung der burg ok was liegt hier robuster stein ja 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 ok also hier ist schon ne menge aber von diesen super robusten ding dingsbums habe ich noch keine gefunden da gehen wir jetzt erst hier runter und dann hier lang ok also man findet wohl hier nur um auf level was war das 6 hoch zu gehen da noch einer lohnt sich hier ne so jetzt bringe ich ins loch oh oh nicht vergessen da liegen nochmal gruselige knochen rum ich frage mich ich frage mich so höpf boing ok modestein hier haben wir nochmal gut na da nehme ich die noch mit noch ein skelett sind auch nur modesteine ein aber ich brauche doch diese robusten dinge oder so jetzt sind wir hier hier liegt noch ein modestein rum ja ich bräuchte die robusten dinge hier unten kann ich ja sowieso nichts abbauen das ist ja unter wasser so da sind wir durch da noch einer ok aber modesteine kann ich mir doch auch machen ne das bringt es also irgendwie gar nicht ich brauche ja diese robusten dinge und die kann ich mir nicht machen finde ich die denn die finde ich eventuell da liegt noch was aber das ist ein stein so jetzt sind wir wieder hier auch hier unten ist normalerweise das zähnchen da liegt noch einer da liegt noch einer ok war ich hier schon ne nicht unbedingt war wohl hier aber hier Reserum war da einer ja da sind sogar zwei ok ja das alles hier macht eher Sinn wenn man glaube ich neu angefangen hat ok da bin ich schon durchgegangen habe ich jetzt alles was ach die fackel bleibt ja an richtig da war doch was ne hier unten ist auch nix da ist nichts da ist nichts ne ich glaube ich habe alles gut gut was machen wir dann als nächstes ne ne hier war ich schon da ist noch ein stein den man vielleicht später irgendwann aufbrechen kann weiß es nicht ich glaube das war's gut dann haben wir den ameisenhaufen geplündert so ok wir sind jetzt hier wo könnte denn hier noch was versteckt sein wenn ich jetzt die richtung hier irgendwo naja eher unwahrscheinlich hier waren ja keine kratzt stücke ne was 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 ich dachte das wäre jetzt eine schwarze ameisen ne wieso kämpfen die gegen ihre eigenen sind das ist aber ungewöhnlich tja jetzt laufen die ameisen dahin wo giftes und dann sterben die doch oder etwa nicht so ja wenn ich gerade schon mal unterwegs bin aber ich verliere einen haufen an essen was denn sein doch nix gemacht ich will da voll machen so gibt es denn hier in den gräben noch zeugs kein plan es schaut aber nicht danach aus habe ich noch platz ich habe noch platz das bedeutet aber in sandkasten können wir nicht mehr also gar keinen sinn hier zu bleiben muss mich erst ausrüsten und dann werde ich vielleicht oder vielleicht sogar ganz sicher in der nächsten folge mir das unterwasser labor noch mal vorknöpfen gleich hat sich ja da was getan zum kaputt klopfen ist wahrscheinlich nix dabei was ich hier rum hohes rüsselkäferfleisch einfach mal so tode ameisen überall irre also ich habe ja schon mal geguckt an der starter base da ist nix dann hätte ich noch eine idee das wer warte wo ist das ding was ist wo es ist wo es ist da ne ich kann doch mittlerweile suchen ich kann doch suchen warum fällt mir das nicht gleich ein wenn man schwarze ameisenhügel gehen als nächstes vielleicht war die jemals so suchen ne schau mal wo sind die neuen sachen wie heißen die ne ich glaube nicht ne ich gebe mal mode ein mode ne ne habe ich die überhaupt schon analysiert kann man die analysieren ne kann man nicht ist ja doof ne hier geht es auch nicht weiter ne ok schade das wäre zu einfach gewesen so muss ich hin da also in die richtung wie sieht es hier aus leute ach du lieber mein vater liegt hier zeugs rum das ist ja auch nicht normal naja nichts zu ändern moment ich glaube ich bin den falschen ne ich bin in der richtigen richtung unterwegs ich bin hier schon lange nicht mehr rumgelaufen ne hab mich nur in der burg aufgehalten und war nie hier so an der Rechenstein anhöhe naja jetzt geht das durch geht das durch man welchen Stein man ahja ja dann komm her moment staubmilbe oh ne das sind ja gar keine staubmilben das ist doof die brauche ich nicht staubmilben da müssen wir wieder nach oben ja das ist in Ordnung so wo die sind ist auch die Rechenstein anhöhe nicht weit genau wo ist das doch da ist doch schon servus servus Ja, das dachte ich mir. Jetzt geht doch mal weg hier, Junge, Junge. Staubmilben. Ja. Wo kommen die denn alle her? So, Licht anmachen. Da, ne? So. Auf die... Nacht, ne? Nacht drücken, äh, fallen lassen, Deckung gehen. Ne, so, ne? Kann ich mich zwar nicht wehren, aber hier unten auch. Ah, siehste? Ist einer. Fels der Mode. Sieht man noch nicht, wo er hinspringt. So. Hier unten. Eher nix, ne? Nö. Also, die Fagli ist... ...echt Wahnsinn. Na gut, die kriegt man aber auch echt spät. So. Hier noch einer. Ich hab schon wieder maßlos überzogen, ich weiß. Oh, und hier ist jetzt komplett zu. Aha. Ich kann mit ner Bombe, kann ich das aufmachen? Okay. Der Stein sieht aber gar nicht so aus. So. Ich hab aufgemacht. Oh, die sind da nicht so viel von den Typen drin. Doch, sind sie. Aber die sind doch draußen rumgelaufen. Also, hier gibt's auch noch ein paar. Ah. Schläft. Muss ich ausnutzen. Und tschüss. Ist hier noch was? Nö. Ähm. Okay. Das war das. Und nun? Wieder nach Hause. Okay. Upsa. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Und dann gehen wir in den schwarzen Ameisenhügel. Na? Okay. Bis morgen dann. Gehabt euch gut und tschüss.